Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch nochmal zeigen, wie man beispielhaft eine Ungleichung mithilfe von Äquivalenzumformungen löst. Jetzt geht's los. Hier können wir zuerst wieder zusammenfassen. Das ist ein Drittel x und davon wird abgezogen ein x. Dieses 1 können wir uns denken, da rennt ihr euch bestimmt dran. x ist das gleiche wie ein x. Also haben wir ein Drittel x und davon geht ein ganzes x weg. Wenn man das hier zusammenfasst, dann ergibt das minus 2 Drittel x. Den Rest lasse ich hier. Ein Drittel minus ein Ganzes, da ist klar, dass da minus 2 Drittel rauskommt. Denn ein Ganzes sind 3 Drittel und wenn ich von einem Drittel 3 Drittel abziehe, dann kommen da minus 2 Drittel, also minus 2 Drittel x raus. Erst jetzt fange ich mit Äquivalenzumformungen an und das ist in dem Fall geteilt durch minus 2 Drittel. Ich möchte das x befreien, deswegen muss ich, weil ich mir hier ein Mal denken kann, ein geteilt durch minus 2 Drittel als Äquivalenzumformung denken. Aufpassen, nur weil hier ein Minus steht, darf ich jetzt dieses minus 2 Drittel nicht mit einem plus 2 Drittel wegbekommen. Denn das hier ist verbunden mit dem x durch ein Mal, das man aber hier nicht sieht. Das ist ein Fehler, der häufig passiert. Also wenn sowas dran steht, dann ist es immer ein Faktor vor dem x und damit ist er wegzubringen, indem er geteilt rechnet. So, das bedeutet auf beiden Seiten geteilt durch minus. Und geteilt durch minus bedeutet, das Inversionsgesetz kommt hier zum Tragen. Statt dem kleiner Zeichen mache ich jetzt das größer Zeichen. Hier habe ich minus 2 Drittel geteilt durch minus 2 Drittel bereits zu einem x geformt, denn das hebt sich ja auf, das ist ja der Clou. Ich will ja das hier wegbringen, indem ich durch das hier dividiere. Aber auf der rechten Seite muss ich ja das gleiche tun. Deswegen ergibt sich die Rechnung minus 5 Sechstel geteilt durch minus 2 Drittel. Hier habe ich jetzt eine Nebenrechnung gemacht. 5 Sechstel geteilt durch 2 Drittel ist das gleiche wie 5 Sechstel mal 3 Halbe. Könnt ihr euch erinnern? Statt einen Bruch zu dividieren, werde ich den Kehrwert multiplizieren. Hier kann ich kürzen mit der 3, bleibt hier eine 2 stehen und hier eine 1 stehen. Das ist meine Nebenrechnung. Das schreibe ich jetzt ins Ergebnis. Minus geteilt durch minus ergibt plus. Damit lautet mein Ergebnis x größer 5 Viertel. 5 Viertel ist eine Zahl oder sind Zahlen im Ergebnis, die in der rationalen Grundmenge enthalten sind. Also in den rationalen Zahlen enthalten sind. Das heißt, alles was größer ist als 5 Viertel, darf hier meine Lösungsmenge sein. x mit der Eigenschaft x größer 5 Viertel. Wir haben also gelernt, zuerst zusammenfassen, dann schauen, ob man das Inversionsgesetz anwenden muss, wenn man durch eine negative Zahl dividiert und multipliziert, ist das der Fall. Und bei der Lösungsmenge müssen wir noch genau hingucken. Sind die Ergebnisse, die rauskommen dürfen, auch in der Grundmenge enthalten? Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Viel Spaß bei den anderen Aufgaben und Tschüss! Bis zum nächsten Mal.